Und ich bin jetzt hier am Düsseldor Flughafen am Werberhof und seit kurzem steht auch auf Gleis 1 ein Trans-Treff-Automat. Das ist wirklich sehr neu. Früher stand dort ein DB Fernsträger-Automat vor rund 10 bis 15 Jahren. Und da die Deutsche Bahn hier auf Card Cash umgestellt hat, statt auf Card Only, wurde der Automat entfernt, wieder abgebaut. Und jetzt daneben hat so ein Trans-Treff einen neuen Ständer aufgebaut. Und drüber der neue Fahrgarten-Automat. Und was ist sonst Neues? Ist die Fahrstelle? Ja. Die Baustelle ist fertig, oder? Und früher stand auch hier ein Fahrgarten-Automat. Und dach, ich sehe... Und drei Teg. Und es ist ein Fahrgarten-Automat. Jetzt, ich bin jetzt hier ganz gut.